Musik So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Und ich freue mich tatsächlich, wir spielen, ihr seht's, Valheim Ähm, wie komme ich zu Valheim? A, ich mag Wikinger und B, ich mag, äh, Crafting Spiele Finde ich total geil Die Sache ist die, ich hatte mir das bei einigen YouTubern angeschaut Und dann dachte ich so, wow, ist nicht so geil, Grafik und so Und dann irgendwie habe ich mich dann doch da reingefoxt So, ich habe mir die Streams von Gerrit angeguckt Da könnt ihr auch gerne mal ein Abo dalassen bei Gerrit Und, ähm, wo habe ich noch reingeguckt? Bei, bei, bei der Voucher Das ist, glaube ich, ein Schweizer YouTuber Ähm, tolle Let's Plays gemacht, tolle Streams gemacht Und das hat mir so gefallen, da habe ich gesagt, alles klar Mach's dir jetzt mal selber ein Let's Play von Und, äh, reitest jetzt mal auf dieser Trendwelle Valheim mit Macht da ja jetzt jeder gerade Ähm, ich wünsche euch viel Spaß, ne? Ich mache das jetzt nur als Let's Play Vielleicht, wenn ich mal ab und an mal gut drauf bin Gibt's dann auch mal Streamer davon Wir müssen uns erst mal in das Spiel rein, äh, flutschen hier Und deswegen denke ich einfach mal Der, die erste, die erste Folge wird, glaube ich, echt nur so ein bisschen gucken, was geht, ne? So, los geht's! Start-Game Ah, okay Select-Charakter Oh, sehr, sehr pixellig hier, ja? Mhm Okay, ich, ja Ich hätte gerne einen Ich sehe bloß noch keinen New Oh Aha Äh Sex Skin, 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 skin Oh, 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 blendend Also, Fakt ist Female, warte mal Uh, warte, die sieht aus wie ein Mann Mit Brusthaare Okay So, ähm Wir machen natürlich Bart Das wäre so mein Bart in der Richtung, ne? Na gut, ich habe ihn gerade so ein bisschen kürzer Aha Was? Wollen wir, machen wir mal Hairs Kann man ihn drehen? Okay, cool So, warte mal Erstmal den Bart Anders Auf jeden Fall, der, dieser, dieser andere Bart Der sieht ja ein bisschen Prinzessin Lea mäßig aus, ne? Aber wir sind ja ein starker Mann Wir wollen ja keine Prinzessin Lea Ja, das ist auch so ein bisschen Okay Transgender mäßig Was ist denn da? Oh, guck mal, ein Steifen Also, ein Steifen Pferdeschwanz Also, Steifen Haar Dinges Ihr wisst, was ich doch meine Wo sie mir Oh, der sieht cool aus Was haben wir hier? Rollo Das ist so Okay Short Noch mehr Short Oh, das ist auch cool, ne? So Halfdan mäßig, ne? Gibt es da nur Okay, warte mal Sollen wir so ein Halfdan machen? Wir nennen uns Halfdan So nennt man es auch gleich, glaube ich Ich komme jetzt irgendwie gerade Komme ich gerade auf eine gute Idee drauf Halfdan So So, Halfdan Naja, er kann nicht viel sehen Weil das eine Auge jetzt verdeckt ist So, ähm, Bart Dann nennen wir aber für Halfdan Das sieht so ein bisschen Grotesk aus Wie das so spabbelt Das Ding, ne? So, ähm Oh, ich weiß nicht, Genas Ich weiß noch nicht, ob mir die Frisur tatsächlich gefällt Ich kann mich da mal nicht entscheiden Ich muss noch mal über diese Diese Geschichte mit dem Wo ist dieser halblange Bart? Da, ne? Das ist der Wuschelbart Ich muss mir noch mal echt über diese Diese Haarfarbe Äh, diese Haargeschichte Und damit könnte ich besser leben Aber das sieht ja ein bisschen aus wie Adolf Hitler, ne? Das wollen wir auch nicht Wir sind ja keine Keine Wir sind ja nicht so So, wir machen den hier Warte Ein Roller Wir machen den Und dazu nehmen wir uns Einen anderen Bart Den Nein Das war nochmal der erste Okay Ich kann mich nicht entscheiden Ihr merkt das selber, ne? So, ich mach das jetzt Dem gerade sah dieser Bart noch verdammt lang aus Wieso ist der jetzt einfach mal nicht mehr so lang? Nimm mal den Ja Ich glaube, ich entscheide mich für diesen Bart So soll er aussehen Okay Haarfarbe Bisschen blond Blondness So finde ich ihn cool Wir nennen ihn Halftern Wollten wir ihn Halftern nennen Halftern Halftern Okay Ich finde ihn gut Halftern Schönfall Okay Weiter geht's Äh Machen wir so Ähm Wie nennen wir die Wie nennen sie Ähm 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 Wir nennen sie Wir nennen sie Bannenheim Ich dachte Jöten heben Nifil heben wir auch noch Ah Oder sogar Asgard Komm Machen wir einfach Das ist so klassisch Ne So einfach irgendwie Start Oh ich bin gespannt So Later Skull Es lädt ein bisschen Warum auch immer Warum es so lange lädt Übrigens Der erste PC Let's Play Seit GTA glaube ich Seit 2018 Muss ich das Leben Okay Ähm Hätte nicht gedacht Dass das jetzt so Oh Wat ein Rabe Hey Kann ich so fliegen Ja Ist das eine Walküre Wo soll ich dich Absetzen Jungen Mann Muss ich dich Überhaupt absetzen Okay Ähm Müssen wir Darunter jetzt Das sieht mir sehr Strüffig aus Okay Ich kann hier auch Gar nicht denken Das macht ihr automatisch Ich hab ihn gerade Eingebildet Oh Mal gucken Jetzt verwandelt sich Die Walküre In einen Rabe Sehr laut eigentlich Alles hier ne Moin Ach der ist das Hugin Einer von Odins Raben Okay Okay Das ist uns Ich muss Ich muss mich erst mal So dran gewöhnen Irgendwie Überhaupt Generell mal wieder PC Spiele Zu spielen Okay Das sind die Dinge Die ich hier tatsächlich Wohl so freischalten Muss Ich hab zu schnell gemacht Okay Kind Okay Übersetzung Okay Hallo 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 Was war denn das Okay Wir sind hier Was hab ich gemocht Maus 3 Ich hab ein dritte Maus Dings Das ist hier Blocken Okay Wo ist ein 3 Das ist Sparta Oh Wer ist er denn Halt's Maul Halt's Maul Au Der hat mich auch gehauen Alter Was geht denn ab hier Digga Oh Was Wie kann ich denn Aha Hallo Wer ist da Okay Und wie kann ich irgendwas Pflücken Hier Da sind Guck mal Erdbeeren zum Beispiel Wie kann ich die pflücken Hier guck mal Ups Weg hab ich die Tschüss Erdbeeren gepflückt Ups Ups Achso Noch kann ich also Kein Oh oh Der hat das wieder Das ist ein Warrior Ui der macht Der macht Blödsinn Hör mal auf Ne das bleibt nicht Oh 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 Noch einer Okay lass knacken Digga Bam Kickbox Huch Hä Oh das sind Das sind solche Raben Ne mit den Den soll ich nicht kaputt kicken Ich soll mir den schnacken Okay Ja und wie Komme ich denn auf mein Menü Da habe ich dann Slot für Oder wie kann ich das am besten Schnell essen Gibt es da so etwas Oh Tab Da guck mal Und wie denn Ich soll irgendwie was Warten mit Craftmenü Hier Warte Oh Mit Okay Alles klar So Wir sollen wohl sechs Holzstöcker finden Alter hier sind aber auch Wildschweine Und alle Die ich finde das schön Das sieht tübsch aus Das Hier Oh oh Hier ist was von uns Hey hallo Hallo Ja ja Alter ich bin ja guter Kickboxer Komm her Warte Ja ja Du hast es Der starke Oh Bleib stehen Komm Noch einen Combo Master So da Ja Ja ist ja gut Der der Grabe Der will mich die ganze Zeit an die Wand quatschen Hier So Stamina und Dings Äh Äh Essen Sehe ich hier links Offensichtlich Oder ist das mein Meine Lebensenergie Es ist immer so schön Wenn man das Spiel anfängt Noch gar kein Ich glaube der stalkt mich hier Der Rabe Ha Jetzt ist er in Bonn drin Ja Okay Das habe ich mir aber schon fast gedacht Wenn man sich das Dings angeht Okay Sonax Ja dann Dann lass uns doch eine herstellen Aber ich brauche dafür Holz Und ich frage mich Wie kriege ich denn Um eine Stone Klar ich brauche Steine wahrscheinlich Hier Guck Da Okay Okay Das kann ich noch cooles mit dieser Maus Ach guck mal hier Nein nein Nimm doch mit Ist das kann ich das nicht mitnehmen Oh Blümchen Die bräge ich Inga mit Ups Meins Ich Plöcke ein paar Blümchen Für Inga Ups Oh Käse Da ist noch mehr Stone Oh Oh Okay Ja Okay Äh Kann ich die Dinger knicken Hier wenn ich so einen kleinen Baum zerhacke Geht das so. Was? Wer raschelt hier im Knick? Den breche ich. Habe ich das jetzt gesammelt? Habe ich jetzt? Ich habe vier. Okay, dann muss ich das einfach nochmal weitermachen. Wer geht nicht los und haut Bäume mit der Faust nieder? Ist ganz klar. Also ich mache das eigentlich gar nicht anders. Wenn ich mir mal so eine Holzhütte bauen möchte, das mache ich nur so. Da gehe ich los und haue erstmal gegen fette Eiche. Hau ich da erstmal mit der Faust gegen. Und dann ist die kaputt. Und mit einem Handkappelschlag mach ich den kurz. So, craften. So, wie geht... Habe ich nur viel... Stock. Aber... Hier sind meine Steine. Achso, kann ich die hier so reinmachen? Hier, Bobs. Da reinlegen? Nee, hier so mit Erdings. Ich wollte... Hier ist ein Hammer. Ja, genau. Den sollte ich doch machen. Und eine Fackel kann ich auch machen. Aber ich will auch ein Ding. Das ist ein Knüppel. Das wäre auch geil. Aber ein Hammer? Kann ich damit, Leute... Oder ist das nur... Okay. Wir haben den jetzt gemacht. Da oben ist der. Und wie kann ich den in meinen... Ja. Und wie kann ich den jetzt in meinen... Ich soll auch gleichzeitig wegen... Tutorial mäßig glaube ich das nochmal schnell... Craften. So, und wie kann ich mich damit ausrüsten? Wie geht das? Habe ich den jetzt in der Hand? Oh, ja. Tatsächlich. Ist ja gar nicht mal so schwer. So, mit dem Hammer kann ich... Nicht zuhauen, weil ich mit dem Hammer... Dinge reparieren soll. Alles klar. Ich dachte, ich soll damit jetzt hier... Ah, mit... Oh. Ach, guck mal. Damit crafte ich mir eine Hütte und so ein Shit zusammen. Okay. Ich muss da echt nochmal mich da richtig reingerufen in das Spiel. Okay. Maus-Button ist das Bild-Menü. Bild-Menü. Ne, Remove. Place. Und jetzt, wenn ich mir hier was raussuche, dann könnte ich das jetzt... Ähm... Was? Kämpfei. Oh, cool. Okay. Okay. Ähm... Aber... Wie lege ich den Hammer jetzt wieder zurück? Alles klar. Gar nicht mal so schwer. So, pass auf. Jetzt müssen wir aber ein Knüppel machen, damit wir diese Goblins vermöbeln können hier. Ist das... Das gelbe Stamina, ne? Das kann ich nicht mehr zuschlagen, weil ich müde bin. Oder weil ich essen muss. Komm, haut auf! Noch einmal Kickbox, komm. Okay, der ist ein bisschen... Das heißt tatsächlich, ich muss jetzt essen. Alles klar. Und jetzt kriege ich wieder... Okay, das kriege ich hin. Alles klar. Soweit haben wir das kapiert. So. Äh... Hier. Haben wir so viel Holz? Oh, ja. Ich hab jetzt ein... Ja, ein Knüppel gebaut. Richtig, genau. So, Stone Axe. Stone Axe brauche ich wofür? Okay, zum Bäume fällen. Und das ist wirklich... Okay. Also, diese Geräusche sind nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Das muss ich auch nochmal so sagen, ne? Lass uns jetzt mal durch die Wildnis ziehen. Wir haben ein Knüppel in der Hand. Und wir haben hier wieder ein Rabe. Das wir voll sülzen wollen. Okay, aber wo kriege ich denn eine Workbank her? Ähm, wie kann ich die denn herstellen? Mit einem Hammer direkt oder was? Also doch nochmal ausrüsten oder? Hammer? Hammer ausrüsten. Und dann... Das wird... Crafting. Cooking Station. Oh, nice. Aber hier kann ich noch keine... Da, das wäre die Dings. Was brauche ich dazu? Oh, okay, Holz. Wieder was gelernt, Kinder. Das ist einfach gehalten. Es ist nicht schwer. Ich glaube, deswegen ist das Spiel auch gerne... Wäre das auch gerade gerne so gehypt oder so. Keine Ahnung. Es ist wirklich nicht unbedingt sehr schwer. Oh, guck mal hier, was zu essen noch schnell. Ich muss sagen... Ich finde das auch sehr geil, das Spiel. Mir macht das echt Mörderspaß. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt gerade kriege. Und ich denke mal auch nicht, dass ich den roh verknacken kann. Wahrscheinlich, ne? Dann muss ich den wahrscheinlich mir so ein Weck. Das ist nicht so eine... Guck mal, aber sollten wir nicht uns erstmal irgendwie... Wohin... Ganz sachte, Kollege. Ganz sachte. Irgendwohin begeben, wo auch Wasser ist oder so ein Scheiß. Und dann uns da irgendwas Gemütliches aufbauen. So sehe ich das vielleicht. Boah, ich finde aber... Ich finde das Spiel schön. Also wirklich, ich finde das richtig schön, das Spiel. Toll. Ich hoffe, dass hier auch ein paar Leute zuschauen tatsächlich. Weil normalerweise diese... Über 1000 Abos habe ich bekommen, weil ich Text-Messenger-Spiele spiele. Und an und für sich soll das hier die Zukunft des Kanals sein. Streams und eben halt solche Spiele, ne? Und dieses Text-Messenger war damals echt nur mal so. Das wurde echt gut bei mir. Aber eigentlich ist das nicht so das, was ich will für unseren Kanal. Sondern vielmehr solche Spiele machen. Und eben halt die Streams mit... Was wird denn das? Hallo? Die Streams mit Inka und so halt, ne? So. Oh, was ist denn das? Guck mal hier. Wut, wut. Wut. Ist das ein Elefanten-Baby oder was? Alter. Lass das sein jetzt mal, oder? Perfekt gebaut. Diese Treppe ergibt total den Sinn. Wenn ich... Okay. So, hier wohne ich jetzt. Ja, ja. Bestimmt. So. Ich hoffe mal, dass ich hier unten, wenn ich hier weiter runtergehe, dass ich irgendwie so ein Bächlein finde. Was mache ich bloß mit den Blumen? Ja, ja gut. Bei Essen sollten wir mir nicht nicht Nein sagen. Das nehmen wir hier alles direkt mal mit. Wow, guck mal. Alter. Das hat hier fett gebumst gerade. Wir sind in Deutschland. Wir sind im Schwarzwald. Kann ich hier rüber? Guck mal, hier ist ein Schloss. Ja, hier. Ja, cool. Hält das kaputt auch nicht? Nee, ich glaube nicht. Aber da ist doch eine Kiste, die möchte ich gerne haben. Ja, doch. Guck mal. Das geht doch kaputt hier. Oder schieben wir mal ein Dings, was kaputt geht. Ja, ich glaube nicht. Weiter geht's. Ah, guck mal, hier. Da macht man immer Brett für Brett, macht man den Shit hier kaputt. Wenn wir da zwei Jahre warten. Dann sind wir nachher da durch. Reicht das nicht schon? Können wir da nicht schon durch? Ach, egal. Ah, jetzt haben wir es auf. Und jetzt kommen wir in die Truhe ran. Was haben wir hier drin? Wir haben Federn drin. Ich denke mal, das werden wir dafür brauchen, um irgendwie... Ja. Was ist das? Walulabö... Was ist das? Komm, nimm mal mit. Nimm mal alles mit. Man muss aber auch mal... Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Man muss definitiv Federn in eine Truhe sperren. Ne, das ist... Ach, das ist hier... Ja. Guck mal her. Das ist keine Filie, das sind hier Bienen. Au! Okay. Die mögen nicht, dass ich hier bin. Uh, ich stinke oder sowas in der Art. Ach, jetzt ist hier der... Die Asylsrabe wieder da. Okay. Ja, aber ist das hier jetzt schon Black Forest? Das war doch nur hier vorne. Ja, dann halten wir uns mal ein bisschen von Black Forest... Forest Fan. Aber ich laufe auch immer irgendwie weiter nach Norden. Das will ich irgendwie gar nicht. Ich will... Ich will nur ins Wasser irgendwo. Irgendwo, wo Wasser ist. Oh, hier ist ein Hühnengrab. Oh, scheiße. Was wollt ihr von mir? Hm. Alter. Ich bin gestorben. Halfter ist gestorben. Ja, das... Da habe ich mich aber übertöpeln lassen, wa? So, Kinderchen. Das war dein erster Einblick in... Valheim. Äh, ja, genau. Und, ähm... Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wieso kommen wir hier komplett nackig wieder? Ja, ist ja auch klar. Weil wir gestorben sind und uns wird alles genommen, ne? Ach, da kommen wir, dann respawnen wir hier wieder. Alles klar. Gut, Kinderchen. Das war's. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.